Jo moin Leute, herzlich willkommen zum 17. Spieltag der 30. Penny DEL Saison 20, 23, 24 Predictions. Los geht's. Heute um 17. Spieltag. Alle Spieler live auf bei Magenta Sport. Heute um 19.30 Uhr. Schwimminger Wild Wings gewinnen 3 zu 1 gegen Iserlohn Rostas. Eisbären Berlin unterliegen Kölner Haie 2 zu 6. Bingo in Bremerhaven gewinnen gegen Augsburger Panther 5 zu 1. Düsseldorfer EG schlagen die Adler Mannheim 2 zu 0. Dann Löwen Frankfurt gewinnen 3 zu 1 gegen ERC Ingolstadt. Nürnberg Eist Tigers schlagen die Güssli Wolfsburg mit 6 zu 4. Und Straubing Tigers unterliegt EHC Red Bull München mit 4 zu 5 nach Penalty schießen. So, das war's vom 17. Spieltag mit den Predictions der 30. Penny DEL Deutschen Eishockey Liga. Saison 20, 23, 24 Predictions. So, wenn dir das Video gefallen hat, lass den Däumen hier nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nimm uns das Glöckchen, das nicht vergessen zu aktivieren, dann verpasst ihr. Keine Benachrichtigung auf diesen Channel Besteller. Gut, Hockey, ciao! Ciao!